Alles klar, Leute, Juggernaut, ich geh dann mal. Ich muss weg. Hey, wir können geben auf was geht ab. Wir zocken wieder CSGO auf meiner allseits verhassten Map-Train mit Nemo. Wir dürfen uns heute mal wieder an die Orb wagen mit 30 Kills. Hat sie gut aufgepasst? Ich denke, das wird lustig. Das wird langwierig. Ja. Ja. Oh, es ist da noch einer. Hedgeheit und Collateral. Nicht schlecht. Herr Specht. Da ist noch einer. Ja, hab ich gesehen. Geht wieder weg. Geht zu 1. Wo ist er? Er kämpft zwischen 1 und 2 hinten drin. Jetzt geht er zurück. Und er kommt her. Brauchst du Hilfe? Nee, ich will ihn herlocken, aber er kommt nicht. Er kommt da wieder zwischen beiden. Ach, komm her. Dankeschön. Dankeschön. Kannst du jetzt einen leisten? Ja. Ich gehe diesmal nach da oben. Do it. Oh nein, dann gehen sie auf mich wie die Aasvögel. Die Aasfresser. Ah, unter mir, glaube ich. Ja. Du musst den Rest abfangen. Ah, wie schnell. Was? Einer ist 1 rein. Unter mir kommen noch welche raus. Ah. Bitch. Da hinten bei 1 ist er. Nein. Da geht so 2 rüber. Unter mir? Ja. Was? Was? Ah, go fuck yourself. Okay. Du kannst so lahm auf die Zielen und triffst sie und bei mir rennen sie die ganze Zeit hin und her. Und ich kriege nichts gebraucht. Das war gerade Glück. Ah, was ist noch Glück? Da ist es oft da oben. Ja, okay, hier ist nice. Da oben klappt nur, wenn sie aus der Garage kommen. Oder halt aus 2. Aber nicht, wenn sie unter mir rauskommen. Meinst du 1? Sie kommen bei 1. Ja, natürlich muss ich jetzt nachladen. Fuck off. Tja. Wo ist der Rest? Bei gleich. Ah. Hier drüben. Hinter uns. Garage. Juggernaut. Willst du mich verarschen? Ich bin tot. Der Juggernaut hat mich. Ich habe ihn einmal getroffen mit der AWP-19 HP. Verarsch mich doch nicht. Verarsch mich doch nicht. Er ist hinten durch bei 1. Ich weiß. Oh mein Gott. Wo sind die anderen? Da ist er, der Whisky. Nein. Nein, das ist mein schlimmster Albtraum. Wo ist es nicht? Immer noch links unter dir. Jetzt plantet der. Und der da rennt weg. Kommt der hier hoch? Hey. Oh Gott. Warum triffst du mich? Das ist gar nicht sein Kopf. Nein. Was wuckst du jetzt noch hier rum? Alles klar. Alles klar, Leute. Juggernaut. Ich gehe dann mal. Ich muss weg. Wir haben uns ein bisschen Geld gefahren. Geraped. Ja, Messerrunde für Messerrunde. Und wir haben uns erholt von dem Schock. Bisschen was gegessen, ja. Difficulty gelowert. Strategisch. Und jetzt sind wir wieder frisch am Start. Weil wir wollen das durchkriegen. Die 30 Kills mit der AWP of Train. Ich würde sagen, underplanned. Ja. Da ist noch einer der... Lerntet er schon? Weiß es nicht. Hast du ihn? Bei zwei. Oh, okay. Gut. Gut. Das fängt ja schon mal gut an. Ja, das hat nichts zu bedeuten. Stimmt. Leider. Wir wollten erst bei 20 aufnehmen, aber jetzt glauben wir, dass es klappt, nicht wahr? Ja. First try. Stimmt, wir wollten erst bei 20 aufnehmen. Shit. Wir sind zu habgierig. Ich würde sagen, eins. Ja. Gut. Guter Stuff. Einer noch. Gut, Janik. Du hast ja auch einen geschnappt. Haha. Nachdem Julia drei niedergemäht hat. War der jetzt gerade bei zwei? Ich denke, der kommt zu zwei. Hat er eine Smoke und eine Decoy hingeworfen, dass er... Underplanned. Nein! Zwei! Das ist doch zwei. Kann ich hören. Er ist wieder weg. Oder er hat auf dich geschossen von Underplanned. Da. Wo sind sie? Der. Doch zwei. Aua. Aber du hast ihn. Nächste Welle! Er hat mich angeschossen. Und? Wie viel Leben hast du? 100. Also. 92. Was? Sag mir, wo? Ähm. Underplanned. Planned? Warned. The English people. Die kommen gar nicht. Hallo? Zwei. Ah! Lass sie kommen. Guck bei eins. Ich glaube, er deckt sich wieder nur auf. Ja. Geht zu zwei zurück. Gut. Nein, ist gut. Die anderen beiden habe ich noch nicht gesehen. Da. Was heißt da? Zwei. Ja. Hinter eins und zwei. Da in der Mitte versteckt sich wieder. Aber eins ist er. Komm. Komm, du kleine Bitch. Nein! Das war eins noch. Komm schon. Ich warte auf dich. Der ist da hinten links rein. Hinter dir. Ja, da links ist er. Rein. Und nicht mehr da. Garage. 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 Jetzt blendet der so. Underpass. Ah, underpass. Underplant. Oder zwei. Underplant. Plant. Underplant. Nachladen. Immer eine gute Sache. Jetzt kommt der Juggernaut, oder? Das ist kein Blutmüll. Geh, der ist noch gar nicht da. Was los? Dann kommt er jetzt. Oh, mein Gott. Also, wir tun wieder die vier anderen killen und dann ihn, ne? Äh, Garage. Ähm, paar laufen noch. Underplant. Danke. Tür. Nein, da bist du. Underplant. Hier links neben mir. Hast du den? Nein! Nein! Stirb jetzt endlich! So eine Kackwurst. Da! Ja, Plant! Musste nachladen, sorry. Ich treff nicht. The fuck. What is wrong with you? Und wo ist der Juggernaut? Wo ist der Juggernaut? Nicht hier. Mein größter Feind. Der Juggernaut ist nicht hier, genauso wie mein Tryhard-Moder. Underplant. Wenn ich mir was sagen darf, das macht mir sogar Spaß. Tatsächlich? Ja. Dir? Ja. Für diese Aussage wurdest du bezahlt. Diese Aussage war die Bedingung fürs Video macht mit dir. Ja. Oh, ich bin tot. Scheiße. Why? Es tut mir leid, bitte. Du musst es schaffen. Oh mein Gott. You will do it. Komm schon. Wir waren so weit. Hey, es ist noch nicht vorbei. Du machst es. Bam. Achtung. Nicht treffen lassen von ihm. 15 HP. Lass mich nicht mehr treffen. Komm schon. Oh, mein Bestment Land. Da ist er. Kill. Fuck you, you fucking kid. Für diese Aussage wurde er nicht bezahlt. Aber sie kommen kostenlos mit dazu. Okay, Leute. 100. Versuch. Wir sind schleißig und wir geben natürlich nicht auf. Nachgeladen? Ja. Also, ich würde eins sagen. Ja, tatsächlich. Ich habe noch keinen Juggernaut gesehen, aber zwei gehen nach zwei. Nur noch? Oh Gott. Wir haben wahrscheinlich wieder dazwischen, oder? Vermutlich. Ja, hinter dir. Das war nur aus Versehen. Ah, Tür? Ja. Ja, gerade gesehen. Hinter mir. Mach den. Oder auch nicht. Ich habe ihn noch nicht. Den hinter dir. Der ist in Garage rein. Garage? Ja. Grenade out. Sehr schön. Also, den Juggernaut gerade hast du mit der Granate gepfeffert. Ah, hier ist er. Weg. Nice, Torben. Was? Torben? Ja. Dein Insider für Viewer auf meinem Kanal. Beziehungsweise eigentlich nur meine Freunde. Weil ich keine Viewer habe, die nicht meine Freunde sind. Torben. Sicher, ja. Watch your back. Keine Angst. Vielleicht sollte ich die nicht noch skoppen. Oh, Bitch. Wir sind mal von der scheiß Leiter weg springen. Kommt er gleich und ärgert uns von hinten. Ja, sieht so aus. Ich muss meine Nase putzen. Nemo ist gestorben. Wehe. Deine Nase geputzt hast du mich nicht. Ich witz da. I got your back. Aber ich muss mal kurz meine Nase putzen. Ich hab keine Ahnung. Ich stirb da gleich wieder. Ah, hier zwei. Gut, ich putz kurz an. Ich bin da. Ah. Oh. Oh mein Gott. Ein Dude. So weit waren wir schon. Nein. Ach doch, Freund. Nein, du guckst eins, zwei. Ah, hier, Garage. Ja. Nice. Ich glaub, so ist das letzte Video aufgeendet, als wir auf Crane waren. Yes. Du schreist Garage und killst den letzten. Yes. Oh, God, finally. Yes. Ha. Und was haben wir diesmal gelernt? Smurfen ist gut. Wartet, bis die Gegner schlechter sind. Dann habt ihr auch Spaß dran. Bis zum nächsten Video, Leute. Tschüss. 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 Untertitelung des ZDF, 2020